Jetzt haben wir ein paar Bilder mitgenommen, das mit Stefan. Geruchbomben vergessen. Und mit Schleifelinger. Die haben gemeint, dass wir den richtigen Scherr aus. Der auf dem Zuhörer holen. Wie gesagt. Ey, die Tonnen gehen immer weiter. Ey, ey, was ist das für euch? Wollt ihr abholen? Scheiße. Hiiiih! Seid euch nicht klar, wie zum Beispiel der Bär ist. Ich reiß dich da auf mir aus, ey. Der Wester wird so explodieren. Warum? Ich bin von dem Zeilen, wo es rauskommt, dass wir zum linken 8-Zieler-Bombasen haben. Bäm! Ey, ey! Geile Feuer! Kannst du nicht unterbrechen? Feuer, ey! Ey, das war so toll, Jungs. Aber wie ist das? Wie geht das schnell? Ja, dein Aschen kommt hier auf. Ja, jetzt hier auf. Ja, nein! Ja, nein! Ja, nein! Ja, nein!